moin moin lieben leute und willkommen zurück zu einer weitere folge blasphemes hat ein bisschen gedauert luigi kam dazwischen aber ich hoffe ich verzeiht es so also wir müssen laut ich kann ihn nicht okay ich muss laut einem zuschauer geschrieben hat soll ich noch mal hier runter denn es gibt noch einen anderen weg nicht noch nicht gegangen bin und zwar und zwar gibt es den weg ja die habe ich wohl übersehen da hätte man sich runter handeln können nämlich zu beginnen sagte zu mir da gehen wir jetzt mal hin ich glaube es ist hier unten irgendwo längst mitnehmen hier punkte geben money und raus so also wir müssen bei den knoten der drei wörter vorbei speichern noch einmal hier und da gibt es irgendwo einen weg dem allerdings gehen kann also hier mit denen haben wir ja schon geschnackt man muss ja mal schnacken quitschi quatschi aber raus und dann gleich schon am anfang soll mal runter kommen ich weiß nicht dass nämlich gesehen genau hier kann auch runter gehen man kann wohl noch eine etage runter okay gut da waren wir wohl noch nicht oder anscheinend nicht gehen wir doch rein was war das hier noch ein weg okay na hier ist es okay gut weil du mich so maximalen wohns wurde erhöht sehr gut okay also hier war noch nicht gehen erstmal hier weiter guck mal da kurz ich weiß nicht wie groß das jetzt hier ist aber ah eine bibliothek ich höre sie laut lesen sie murmeln die verbotenen worte das echo der fortwährenden murmels halte meinen geist wieder und lässt nicht nach ich weiß dass meine neugierde mich umbringen wird wenn mein wahnsinn ihr nicht zuvor kommt oh ja riesen paar neue erscheinungen okay kann ich anscheinend nicht bekämpfen aber die greifen auch nicht an ich muss dann also da eigentlich vorbei mich schlängeln glaube ich weiß es nicht ich nehme erstmal links ein paar schalter der hier okay die köpfe kann man okay das ganz viele köpfe da auch sehr dafür drauf vielleicht erst gerade darüber gegangen was natürlich blöd ist für mich denn ich hätte damit fahren sollen kann ich zurückholen mal spitze alter so eine sau so ein schweinchen ach schon neben mir also gemein okay müssen wir gleich blocken sozusagen spiel nicht blockt und dann wieder ganz runter ätzend okay warte mal warte mal hinter den köpfen weg von mir so warten wir gleich mal dass der eine kopf hier ankommt dann können wir die erstmal platt machen wenn nicht so viele gegner hier haben das ist ich muss schon vor oben sein so ein kack vorhin haut er ganz gut rein da oben wenn ich gerade komm ich hier hoch so mal her hier blöden köpfe so noch mal ganz schnell warum könnte ich nicht schneller aber jetzt hab ich nicht oh nein oh nein oh nein oh nein nein oh komm schon nein du blöder Drecksack oh ich glaub's nicht ach der ist ja nervig gewesen Mann ist der nervig gewesen hat mir alles geklaut nicht machen aber egal so da hat echt power gehabt oder nervige power wahrscheinlich noch mehrere von gleich ah hier speichern perfekt machen wir gleich sehr gut für uns okay son das wird wenn es zu stellen resent es ist ein schlüsselmeister wie man sieht tierische schlüssel hat er okay runter was natürlich viele blöden geister die man nicht mitgehen ich glaube es nicht dass wir dann viel ich da oben oder müssen aufpassen hoch scheiße na gut na gut na gut okay das ist ein bisschen aufpassen hier aber es ist machbar oder hier die programmierer haben das programmieren nichts ist das spiel nicht programmiert ok ich würde aufhören das aufhört ok nein man ist das ding da oben bleibt glaube ich das hochkommen oder das krim was das hier da kann man nicht hoch jetzt bei einem engel was angucken es ist nur so was wir gesammelt haben das interessiert mich nicht ganz so ich weiß Leute hört sich überhaupt nicht die geschichte an des spiels ja viel wichtiger ist gerade hier durchzukommen so drückt man hier drauf ich kann da durch pushen anscheinend gar nicht jetzt auch kriegt ja wahrscheinlich eigentlich ist okay so Da oben auch irgendwas? Aber wie komme ich denn da hoch? Okay, vielleicht von hier hin müssen wir hier durch und dann irgendwie hoch oder so. Schauen wir mal. Das kann man auf jeden Fall mal machen. Die paar Mücken gebe ich aus. Aber wir müssen jetzt nicht ihn großartig hier verbot machen. Das machen wir jetzt mal nicht. Wäre ganz gut, wenn ich zwischendurch auch mal irgendwo meine Schuld versühen kann. Aber wie soll man denn da hochkommen? Oh, aber ich kann ja schlecht. Ich kann die auch nicht treffen. Das ist das Problem. Hm, müssen wir überlegen. Na ja, gehst du mir hier längs? Oh, klar machst du das so. Oh. Nein. Oh. Boah. Kurz hier hoch. Ich muss kurz hier oben heilen. Ha! Oh, warum springe ich denn da? Warum? Mann, dreh dich doch nicht immer um. Scheiß. Scheiß. Geht mir hier unten längs. Fand ich schlecht, nicht schlecht. Dann kann ich ihn vielleicht von hier hinten so ein bisschen spiezen. Nein. Ja, war klar. Auch dumm von mir. Komm. Na gut. Na gut. Und da hoch. Was bringt mir das denn in diese Richtung? Achso. Ich kann es da nicht wahrscheinlich, ne? Ja. 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 Das hasse ich, ne? Ah. Das ist blöd. Ich hab mich doch gleich geduckt. Warte mal. Ich hab mich gleich so, ne? Oh. Ah, behindert. Das ist natürlich sehr bescheuert von mir. Ja. Ah. 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 denn los? Shit! Das war ein ganz gutes Stückchen, glaube ich, dass du mal laufen musst, ne? Ja. Scheiße, ey. Na gut. Das war echt blöd. Dann geh ich zu. Oh man, ich hasse das. Seinen Typen da hinten auch erst kennen. Ja, schön. Ja. Ich wollte eigentlich was anderes gucken. Ich probiere mich ganz kurz mal durch hier. Ah, komm. Ah, was mache ich denn? Jetzt war ich wirklich dumm. Einfach nur planlos reingerannt. War auch gar nicht so gedacht. So, nochmal. So, nochmal. So, nochmal. Okay. Hier ist immer links noch drin, ne? Ja, hier noch drin. Oh man, jetzt haupt du jetzt auch. Oh, was soll das denn? Was soll das denn? Oh, ich glaube es nicht. Oh man, blödes Ding, ey. Also. So. Dann rühre er wieder zurück. So, jetzt rühre er. So, jetzt rühre er wieder zurück. So, jetzt rühre er mit uns. Aber ich kann es dir nicht so zu tun. Oh, jetzt rühre er mit uns. So, jetzt rühre er mit uns. alter was ein bisschen schaden macht er glaube ich nicht darüber gesprungen auch da nichts man scheint auch so drauf so kann nichts machen bestimmt nachher noch irgendwas und man da in die rande sich ranhängen kann oder sowas auch schon so aus wie ein geheimgang perfekt ach so dann machen wir mal da haben wir ein neues aber gut aufpassen jetzt nein das ist natürlich klar spring natürlich muss noch irgendwas da kriegen wir noch irgendwas gegen die blöden geister oder wer denn oh Nehmt die nächste allgemeine Gefühle. mehr leben mehr leben das können wir gebrauchen ach das ist nicht die dinge ist auch echt nervig ich hab doch gerade wie tritt der mich denn immer alter ach so das ding ok da ja wollte eine richtung welche nehmen und das war links ach da kann ich gar nicht festhalten ok also irgendwie muss man da hochkommen ja 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 woher oh man noch mal okay da komme ich rüber und dann probieren wir sind in gang gesetzt das ist sofort los habe ich gar nicht und aber ach weil ich habe noch eine andere idee war da ganz kurz ich glaube das ja dann können wir schon ausprobieren hier drin nein jetzt aber ich komme nicht in scheiße wo man nicht naja ich habe die dinge oder ein neues testen aber das klappt nicht das klappt nicht okay 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 dann gehen wir hier weiter ganz ein leben verbraucht und ich bin in der sache wieso springe ich immer wieder hin das war echt riskant gerade und zeit dämlich von mir aber naja also wirklich dumm wenn ich das ding dahinten aber man muss runterfallen lassen das kommt gleich dahin das machen wir mal das muss er ja auch bewacht haben das komisch gewesen tropfen gewonnen ich weiß nur was ich jetzt warte mal bis ich runter kommen bis dann da kommt anscheinend nicht runter oh shit 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 ok so noch mal kurz das ist ein längerer weg gewesen aber eigentlich so lange weiter gar nicht wenn man da jetzt wissen wir ungefähr wie wir da hinkommen so schnell dann geht das wieder nein warum drehe ich mich denn nicht einfach um da kannst du nicht einfach um da kannst du nicht einfach um da soll ich noch was gucken also hier oben hier bringt nichts ok na klar trifft ihr mich alle kommen wir nicht oh in dem moment ne und rein und rein ja das war klar und dumm war das auch noch oben längs und und tief Nein! Das war gar nicht geplant! Da muss man ja irgendwann mal was finden, bis ich da hochkomme. Aber ich fülle das mal kurz auf, wenn wir schon mal hier sind. Ein bisschen Kohle, spürt mich das nicht so. Da hinten noch irgendwas? Ah komm, das kann man machen, ne? Das ist so lecker, jetzt haben wir uns noch nicht tausend. Oh, das war ja dumm. Das war mein voller Fehler, gebe ich zu. Ich glaube, wir gehen jetzt mal links. Ich glaube, hier kommt das konnte man nicht lösen, das Rätsel. Brauchen wir aber nicht. Die brauchen wir nicht mehr killen, die haben wir gekillt. Die haben wir gekillt. Die haben wir gekillt. Mal gucken, wo wir landen erstmal. Gehen wir nur auf den Boden, das geht dann. Und haben gleich noch einen Geheingang freigeschaltet. Why not? Was? Nochmal verlängern? Wie cool ist das denn? Sehr gut. Den Brunst wurde schon wieder erhöht. Kann man ja auch mal mitnehmen alles, ne? So, ich hoffe, das war eine coole Abkürzung. Zumindest. So. Und hier stoppen wir auch bei den schlafenden Leinwänden. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis dahin. Tschüss. Bis zum nächsten Mal.